Zine, nur guck doch mal genau hin. Ja, ich gucke mal genau hin. Na ja, das ist ein Elefantchen in der Tat. Also, ich hatte mir das anders vorgestellt. Ja, das kann ich mir ja auch vorstellen. Aber komm mal mit, pass mal auf. Wo gehst du denn jetzt hin? In die Kantine oder was? Nein, dann guck mal hier, guck mal hier diese Tür an. Die Tür vom Studio. Und? Und jetzt komm mal mit, jetzt zeige ich dir die andere auch noch mal. Dann zeigt er mir die Türen im Studio hier. Ja, ist sie also... Naja, nun, du bist ja eigentlich da reingekommen. Dann müsstest du ja eigentlich... Eine Betriebsführung hier, oder was? Die ist genauso groß, beziehungsweise genauso klein wie die andere. Ja, na ja. Und da passt doch niemals ein Elefant durch.